Eintracht verpasst erste Europa-Chance deutlich. Granit-Chaka wurde von dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalaifi, ein Substanz in dem Ausprägung von 180 Millionen angeboten. Nach dem Fünf-zu-einem-Triumph gegen Eintracht Frankfurt. Bei diesem Sonderpreis dachte er tadellos jenseits diese und jene Gelegenheit einer vorzeitigen Abreise hinter. Der Grund, warum er so schnell begehrt war Es ist bekannt, dass er Nasser Al-Khalaifi traf. Warten wir ab, welches passiert. Eintracht Frankfurt ist sogar gegen eine Bf von Polier Bayer Leverkusen letztlich chancenlos. Doch es gibt wenn schon Besagten einen Hätte-Wenn-und-Aber-Verdachtsgrund des Spiels. Wie der Wille eines in Teilen ordentlichen Auftritts hat Eintracht Frankfurt an dem Sonntagabend diese und jene Verwunderung verpasst. Gegen den bereits feststehenden Polier Bayer Leverkusen kassierten diese und jene Hessen ihre zweite Heimniederlage der Saison, 1 zu 5, 1 zu 2, hieß es hinter 90 Minuten. Die frühe Leitung von Leverkusens Granitschaka, 12., hatte Eintracht-Stürmer Hugo Ickiticke noch egalisiert, 32. Diesfalls aber köpfte Patrick Schick notdürftig vor der Pause dasjenige 2 zu 1 für die Säser und jene Publikum, 44. Nach dem Seitenwechselt erhöhten Ixikiel Palacios, 58. Fee, Jeremy Frimpong, 77. und Viktor Bonifaz, 89. Fee, dasjenige Ergebnis. Trachttrainer Dino Taubmöller hatte sein Startelf denn doch geringfügig in dem Kollation ihren zu einer Verlust von München verändert. Fersker Ibi und Nils Enko und Kau kierten zurück in das Team, Ansgar Knauf und Aurelio Buter mussten weichen. Die Publikum machten dagegen bereits vor dem Anpfiff klar, welche Bedeutung diese und jene Partie für selbige innerhalb von Europapokalwochen hatte, eine relativ geringe. Jene Schabbi Alonso, sogar gelb gesperrt und von Wizard Sebastian Paria an der Seitenlinie vertreten, nahm die Säser und jene viel beanspruchten Stars Flo Wirtz und Alejandro Grimaldo nicht mal mit in den Kader. Auch Stammkräfte als Jonathan Ta oder Frimpong saßen zu Spielbeginn auf der Bank. Knauf Ibi verzichtet auf Abwehrarbeit für Topmöller dennoch nichts, welches ihn frohlocken ließ. Der Fußballlehrer sah unmittelbar vor dem Anpfiff eine große Aufgabe auf sein Mannschaft zukommen, der denn doch mit Energie und Aggressivität beizukommen sei. Entsprechend mutig begannen die Säser und jene Hessen, erspielten sich einheitlich artig-förmig zwei Ecken, die Säser und jene, na klar, verpufften. Dennoch passte der Erscheinen auf der Bühne in der Anfangsstadium aus Frankfurter Sicht, so lange bis zu einer zwölften Minute. Dann stand es 1 zu 0 für Bayer. Ein freistehender Chaka, immerhin bester Sechser der Liga, war es K.I.B. nicht wert, wenn schon denn doch etwas Abwehrarbeit zu verrichten. Der Frankfurter ließ den Torschützen aus 18 Metern unbedrängt abziehen. Martin Teller, 19., 30., und Jonas Hofmann, 21., vergaben gegen notdürftig verunsicherte Hausherren alternative Optionen auf das 2 zu 0. 16.